Ja. Der Kapitän schläft tief und fest. Ich muss dafür sorgen, dass er zu seiner nächsten Schicht wach wird. Also die Kapitänskabine könnte ich mir auch gefallen lassen. Das ist eigentlich mal was ganz Tolles. Ah, ich muss den Wecker stellen. Dafür brauche ich ein Zahnrad. Mir fährt ja auch schon eins in einem anderen Raum, wenn ihr euch erinnert. In einem Maschinenraum. Das ist fest verschlossen. Ich könnte einfach mal auf diesen Schreibtisch feuern. Vielleicht würde Smith ja dann aufwachen. Vorher weg. Die Glocke ist festgeschraubt. Das werden wir gleich ändern. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Glocke. Dann gehen wir mal ins Ruderhaus. Lass mich bitte in Ruhe. Ich springe für den Kapitän ein. Und das Schiff braucht eine ganze Aufmerksamkeit. Ist das Light toller? Ne, ist das Murdoch, der jetzt hier steht und selbst lenkt? Der Steuermann hat wohl eine Sendepause momentan. Funkraum. Oh Leute, so viele Sachen schon wieder. So viele neue Räume. Ich hätte den Überblick verloren. Komm schon. Beim Funkgerät fehlen ein paar wichtige Teile. Wie wäre es mit einer Schaufel? Oh, da ist der Knauf vonnöten. Und da haben wir auch einen Schraubenzieher. Was ist das hier? Ein Knauf zum Stetigen der Stempeluhr. Was ist das hier? Ungestempelte Zeiterfassungskarte. Ich kann die Karte nicht wieder hineinstecken, bis ich sie in einer späteren Zeit gestempelt habe. Ah ja, das hat er jetzt überhaupt nicht bemerkt. Mhm. Das muss ja auch sein, weil die wichtigen Nachrichten aufgehängt werden. Ja, okay. Das heißt, da muss ich die Eiswarnung anbringen. Bug, was? Was war das? Was ist denn das für ein komischer Durchgang? Wenn das so die Brücke ist. Was soll das hier? Okay. Das können wir aufschließen. Und Wimmedelt-Action. Oh, eine Spinne. Das ist für Leute mit A und und OB jetzt natürlich schwer verdaulich gewesen. Ich hätte euch gern vorgewarnt, aber das hat mich jetzt auch überrascht, dass die da saß. Ein Messer. Okay, ist auch noch ein Pinsel. Das war ein Besen. Hier ist ein Pinsel. Ein Vorhängeschloss. Ja. Und eine Pfeffermühle. Na ja, aber auch. Und das Corpus Delicti ist ein Wagenheber. Gut, das ist praktisch. Ich weiß schon genau, wo ich den benutzen möchte. Warum ist der Kahn ausgeschwenkt? Leider ist es zu weit oben, dass ich es erreichen könnte. Ich muss ja das finden, wo ich es nach unten bringen kann. Wie ist das mit dem Wagenheber? Also ich habe jetzt extrem viele Sachen, mit denen ich einfach rumschrauben kann an einem Wagen da in dem Frachtraum. Ah, das ist ja schon mal gut, dass wir hier schon mal 25... Wie viel Cent haben? 25 Cent. Ah, Kuda. Diamantringe. Okay, das heißt, dieser Fisch steht auf Glitzer. und einen Flüssel haben wir auch noch. Dann gucken wir noch mal. Ah, toll. Und siehst du mal, das hätte ich jetzt fast übersehen. Brecheisen natürlich, also hier wird sich ausgestattet noch und nöcher. Aber ich glaube, dass es jetzt fast mal... Soll ich den Schreibtisch aufbrechen? Nein, ich kann ihn aufschließen. Und schon wieder Wimmelbild. Mal gucken, was Smith in seinem Schreibtisch hat. Viele nette Sachen. Stück Kuchen. Vielleicht das letzte Stück Kuchen, das sie da hatten. Und, ähm... Hm, sonst... Was haben wir noch? Löffel. Boah, wo ist der Löffel? Ah, ein Schuhanzieher. Das wäre jetzt vielleicht nicht das, was ich gesucht habe, aber es nehme ich gern mit. Kompass. Ja, das sind die leichten Sachen. Hier ist ein Kompass, oder? Und hier ist eine Uhr. Oh, Leute, irgendwann... Ich bin so schlecht, ne? In so einem... Durcheinander was Spezielles zu finden. Das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Aber wirklich überhaupt nicht. Kompass, Kähnchen und Löffel. Ich meine, den Kähnchen kann ich ja irgendwie... Ja, das ist ein Löffel gewesen. Den Kähnchen habe ich hier. Und der Kompass. Ich meinte halt, dass das hier ein Kompass ist, ne? Aber es ist ja auch aus wie eine Uhr. Aber merkt man dann denn so eine Uhr hier rein? Was? Weil das ist ein Circle, kein Kompass. Ah. Na gut, okay. Eine Lupe. Ähm... Ja. Ja. Aber ich hatte hier auch immer noch keinen Kuckuck, ne? Okay, ein Glas hat das Fernglas schon mal. Sehr gut. Ich brauche ein Diamantring für diesen Paracuda, damit ich diese zweite Klingel da, dieses Teil bekomme. Dieses Glockenteil. So. 25 Cent habe ich schon mal. Aber ich brauche noch ein Stück. Und das liegt ja... Es liegt. Ich weiß, wo es liegt. Das lag doch... ...unterm Schrank. Na come on, das könnte ich doch locker vorkratzen. Was ist denn los? Warum trägt der Mann eigentlich eine Brille? Sie ist aus wie eine Sonnenbrille schon fast so dunkel, wie die ist. Sonnenbrille im Steuerhaus ist leider geil, oder was? Also kommt schon. Okay, ich glaube, ich sollte mir jetzt erstmal wirklich... ...möglich zurück zum Auto. Muss ich echt konzentrieren hier. Und es gibt schon wieder ein Wimmelbild zu lösen. Offensichtlich gibt es jetzt hier noch eine kleine Extrarunde. Und ihr kennt mich. Ich hole erstmal, was ich in der ersten Runde erwischen kann. Ein Eimer. Noch ein Eimer. Hier ist ein Eimer. Ein Kuhschädel. Und ein Giraffenkopf. Was habt ihr geladen, Leute? Was soll das denn? Und eine Flasche auch noch. Hier ist eine Flasche. Ein Schirm. Da ist der Schirm. Und der Kuhschädel. Da. Eine Säge. Gut, Leute. Wagenheber. Ah ja. Ich kann das einfach so mitnehmen. In der Zukunft. Also jetzt stört es ja eh keinen mehr. Aber wozu alles in der Welt brauche ich das? Ah, ja. Die Muscheln aufstemmen. Perle. Die Perle ist nett, aber wozu brauche ich die? Hier ist definitiv nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr, außer Mr. Guggenheim. Oh, die Perle sollte diesen Barakuda ablenken. Damit kann ich mir jetzt dieses Dings da holen. Was ist das? Weckerglocken. Ja, mit diesen Weckerglocken. Ja, gut, ne? Was mache ich mit den Weckerglocken? Ich meine, den kann ich jetzt in den Wecker ran machen. Aber mir fehlt ja trotzdem noch ein Zahnrad. Und die Felge würde da nicht reinpassen. Ah, das ist natürlich praktisch. Das heißt, ich bin nicht oben im Kränen-Nest. Und das Interessante ist, vor mir befindet sich eine Docking-Bridge. Es geht gleich weiter. Ich brauche nur gerade mal eine Minute. Oh, Alter, ist das schrecklich. Ist das schrecklich. Oh, das ist ja kaum zum Aushalten. Das heißt, wir fahren die ganze Zeit. Ach, ist egal. Ich hinterfrag's nicht mehr. Das ist jetzt hier einfach ein bisschen zum Spaß haben. Wir sind offensichtlich überall gleichzeitig auf dem Schiff. Aha. Für die Crew, Mitglieder dieses Postens, wäre es ein großer Vorteil, wenn sie etwas hätten, wo wir sie weiter in die Ferne sehen könnten. Also ein Fernglas. Das heißt, ich bringe aus der Zukunft wahrscheinlich ein Fernglas in die Vergangenheit mit. Das ist meine Mission. Was ist denn jetzt noch? Mhm. Wenn ich den Mast ansäge, dann könnte ich die Fallrichtung beeinflussen. Dann fällt er in eine andere Richtung. Und das heißt, auf dem Wrack ist das Ruderhaus sehr intakt. Sehr schön. So, da haben wir den Herrn mit der Brille, der es offensichtlich nicht für Nötigkeit hat, das Schiff zu verlassen. Eine winzige Schraube, und die können wir doch rauslegen. Dann nehmen wir dem Herrn jetzt erstmal sein Brennglas raus. Überraschend, wie schnell die Leute hier auch skelettieren. Das Schiff kann ja noch nicht so lange hier liegen, wenn das Holz noch da ist. Also muss man sich doch eigentlich mal die Frage stellen, ob das wirklich Wasser ist, was hier um uns herum ist, oder irgendeine Säure, aber selbst dann würde das ja wahrscheinlich das Schiff auflösen. Aha. Es ist eine Uhr aus alten Zeiten. Ob sie wohl noch funktioniert? Okay. Ich muss alle Zahlen eintragen, um eine mysteriöse Maschine zum Laufen zu bringen. So, zwei. Aha. Sieben, acht, neun, zehn. Sechs, zehn, vier, drei, eins. Wie geht das hier? Hier ist die drei. Ah, hm. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich verstehe nicht so ganz, ob ich dieses Rätsel hinaus will. Oh. Okay. Stempel der Zeiterfassungskarte. Alles klar, ist schon mal gut. Und ein bisschen Bimmelbild. Okay, Leute. Das ist das Marconi Office in einem kaputten Zustand. Der Radio Room. Natürlich, das sind Nordic Walking Stöcke. Und das sind das Skistöcke. Steht nicht hier unten. Ich fände es mit Nordic Walking Stöcken irgendwie cooler. So 1912, Nordic Walking, wer kennt das nicht? Na, A-Deck Promenade, einmal rum. Da sind nicht nur Deckstühle in den Räumen, wo Deckstühle drüber steht. Das sind auch hunderte Nordic Walking Stöcke. Versteckt für die ersten Klasse. Damen und Herren. Und etwas Gutes für ihre Gesundheit tun wollen. Man ist hier so leicht wieder raus, ne? Ein Gemälde. Hier ist es nicht. Der Hammer. Okay, Tresor. Wo ist der Tresor? Hier unten. Ein Mikrofon brauche ich noch. Da. Hier ist noch ein Gemälde. Da hinten. Okay. Also hier ist nichts mehr zu tun. Als nächstes werde ich das Fernglas hier reparieren. Ich weiß auch schon genau, wo das hinkommt. Sonst noch irgendwas hier? Nein? Okay. Okay. Also ein Teil haben wir auf jeden Fall schon mal abgegeben. Und jetzt haben wir auch den Penny. Das können wir noch. Ach stimmt, die gestemmte Zeitkarte. Dadurch erhalte ich jetzt einen Zeitplan. Das ist der Zeitplan des Kapitäns. Er muss um 23 Uhr aufwachen, um seine nächste Schicht anzutreten. Das stimmt nicht so ganz, aber netter Versuch. Und Billardkugeln möchte ich gerne finden. Okay, wir müssen aber trotzdem noch mal zurück in die obere Lobby. Denn da haben wir ja noch diesen netten Kaugummiautomaten oder was auch immer das ist. Ah, ein Vögelchen. Und jetzt? Kriege ich ein Zahnrad. Na gut, wie so ein Uhrwerk greift ich einfach eins ins andere. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich den Lecker stellen. Der Lecker muss entsprechend Zeitplan des Kapitäns gestellt werden. Sehr gut. Okay, 21 Uhr wieder geweckt. Damit haben wir das erledigt. So, jetzt müssen wir aber schnell mal die Binoculars vorbeibringen. Ja. Oh, die Funkleitung. Das ist natürlich auch was, was man hier vielleicht mal einbauen sollte. Ah ja. Ha. Hä? Also eins. Oh Gott, Leute. Ist das wirklich euer Ernst? Das war ja ewig hier. Okay. Das ist die erste. Zweitens. Drittens. Viertens. Boah, ey. Kennt ihr das noch aus? So Kinderheften irgendwie. Diese Rätsel. Man soll diese Striche nachvollziehen und gucken musste, wo man rauskommt. Das Spiel hier ist der Grund, warum man das damals intensiv trainiert hat. Das ist genau der Grund und nichts anderes. So, die Sieben. Ja, jetzt gibt es hier nur noch eine Möglichkeit. Und schon haben wir eine Eiswarnung. Die Funknachricht. Okay. Das müsste jetzt eigentlich reichen, wenn ich das... Also der Captain ist auf jeden Fall schon praktisch on the way. Die Eiswarnung kann ich jetzt auch noch hier ran pinnen. Aber jetzt muss ich noch irgendwas machen. Na ja, einfach mal alles ein bisschen abgehen. Wären wir nur so gewissenhaft im Leben gewesen wie du jetzt im Tod. Achso, ich habe es anscheinend geschafft. Aber es ist viel einfacher beim zweiten Mal, wenn man den Ausgang der Geschichte schon kennt. Wenn meine Mitarbeiter und ich taten zu der Zeit unser Bestes. Ich kann damit leben. Und nun mein Dankeschön an dich. Meine Seele kann nun auch ruhen. Tschüss, Smith. So, die Seele ruht. Das ist gut. Und damit... Stellen wir uns wieder mutig dem Tod gegenüber. So, du hast also dem Kapitän und seinen nachlässigen Mitarbeitern geholfen. Wirklich gut. Ich hoffe, du übelst dir nicht ein, du hättest das Schiff vor seinem Schicksal bewahrt. Dieser Tragödie kann niemals ungeschehen gemacht werden. Deine Handlungen betreffen nur die Seelen, die auf diesem Schiff gefangen sind. Du kannst weder die Realität kontrollieren, noch kannst du die Vergangenheit ändern. Vielleicht hast du eh die Nase voll, ne, davon voll, Seelen zu retten. Es wird Zeit, dass du über deine eigene Vergangenheit Bescheid weißt und erkundest, ob du einige Dinge anders machen würdest. Mach in deiner eigenen Kabine weiter, um einen Weg für deine Lösung zu finden. Also jetzt bin ich echt gespannt. Einmal ziehe ich mich das ganze Schiff durch. Also für Maschinenraum, da ist noch ein bisschen was. Und jetzt mal in meiner Kabine hier. Die noch relativ gut aussieht. Wo die Decke bereits Risse hatte, hat sie irgendwie gehalten während des Unglücks. Ja, offensichtlich ja. Was ist das hier? Eine Billardkugel, hm? Also, wir müssen 15 von den Kugeln sammeln. Ich würde mal sagen, der große Bossfight ist ein Billardspiel. Aha. Was ist das denn? Ihre Öllampe. Was macht die da unten drin? Ein Tresor. Langsam kommen die Nürnungen wieder. Aber, dass ich mich... Na gut. Ich muss mich an die Zahlenkommunikation erinnern. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, wenn man die Zahlenkommunikation nicht hat. Was ist das? Oh, noch eine Billardkugel. Also, dass es sich mal ein Geheimagent, der Billardkugeln auf dem ganzen Schiff versteckt hat. Kann ich hier in die Decke schießen? Oh. Sonst noch irgendwas? Da unten ist was. Noch eine Billardkugel. Okay, und hier ist noch eine. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Türen vorher verschlossen waren. Stimmt, die waren eigentlich nicht verschlossen. Große Treppe. Was ist denn? Hast du das neueste Gerücht gehört? Jemand hat Robert Ashley bedroht. Er scheint ganz schön unsicher zu sein wegen dieser Angelegenheit. Es tut mir leid. Café Parisien ist nicht gespannt. Aha. Okay. Okay.